Hör doch mal auf zu schreien! Hör doch mal auf zu heulen! Was heulst du? Burjo, hast du Telefone? Was ist für Mailbox? Du bist gebohlt! Was ist los mit dir? Shonda, ich hab mit meiner Frau gestritten und wie ist es halt passiert? Ich hab übertrieben, hab mich nicht unter Kontrolle gehabt und im Streit hab ich Ad Talak gesagt. Ad Talak, Ad Talak, Ad Talak, Ad Talak, Ad Talak, Ad Talak. Nee. Ist noch dreimal sagen, vorbei. Bitte. Das sind Allas Gesetz. Was für Gesetzes, das muss scheißegal, Schwachsinn. Nassu! Kafa wermisch, Göz wermisch, Kulak wermisch. Nassu! 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 Kolaideil, kolaydeil, kolaydeil! Bruder, wie nahen wir denn sonst außer uns Muslime? Wir können nur in Gemeinde wenden. Allah sie benden ähre herman! Oh, da sind ihr dann dedigen, nicht der büschäyler. Nassu! 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 Vielen Dank.